Hallo und herzlich willkommen zu diesem kürzesten Photoshop-Video auf meinem Kanal. Ich bin der Oliver und heute zeige ich euch mal, wie plastisch Photoshop ist. Ich möchte zwei Hilfslinien genau in der Mitte dieses Dokumentes platzieren. Dazu kann ich einfach STRG und T den Transformationsmodus aktivieren und jetzt habe ich hier genau in der Mitte des Auges diesen Referenzpunkt und diese zwei Anfasser hier. Und da ich Ausrichten an allem ausgewählt habe, kann ich jetzt tatsächlich hier ins Lineal greifen und die Hilfslinie rastet hier genau in der Mitte ein, genauso auch die andere Hilfslinie und schon bin ich fertig mit diesem Tutorial. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video.